... wiederzusehen, mein Tane. Hey, was soll denn das? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Geht voran.